Oh, wir müssen hier rechtzeitig durch, ne? Oh, guck mal, auf den Boden. Oh, oi oi oi. Na? Und dann geht mir da vor. Warum? Nee! Okay, warte, dann gehe ich vor. Ach, du kannst doch schon mal da vorne auf den Steg gehen. Uah, ich hab's geschafft. Ich höre hier Geräusche hinter, ne? Ich auch. Hier sind noch mehr Brenny Boys, ne? Füll dich mal lieber auf. Ja, ich fühle auf. Wir müssen bestimmt, dass wir aufsprengen, oder? Das Tor. Ja, warte, ich spring nicht. Aber wir schießen uns doch bestimmt weg, oder nicht? Ich will jetzt nicht wieder da draufsteigen, da hinten, oder doch? Weiß ich nicht. Warte, soll ich mal versuchen? Ich werfe jetzt mal dem Brenny Boy. Ja, warte, dann rennen wir erst wieder zurück, Tom. Okay. Ah, scheiße! Oh nein, ist der am Tod? Ja. Egal, das schmeißt, Tom. Hier ist ja nichts gebracht. Ich hab auch nicht mehr zum Schießen, ne? Ah, ich bin leer. Ich bin leer geschossen. Ich hab geschossen, nichts passiert. Es muss doch irgendwie gehen. Da vielleicht wieder gegen den Schädel da oben. Oh ja, wo ist der Schädel? Ach, da oben links. Ach, da, über Tom, ja. Ja, genau, warte, gehen wir genau da hin und dann versuchen wir zu treffen. Ja, jetzt werden wir jetzt ganz grob getroffen, ne? Oh ja. Ach du Scheiße, guck mal, was da ist. Oh, 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 oh. Ach Gott. Das war das, was du gehört hast. Ach, oh, 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 oh. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt, wer geht zuerst? Ich bin doch egal. Ich bin jetzt eh zuerst. Jetzt ist Tom dran. Ok Uff AHHHHH AHHHHH Das war knapp Was haben wir jetzt? Irgendwas ist hier doch Als ob der uns einfach so hier reinlassen geht Wir wetten das Wasser ist einfach heiß oder so Ich weiß es nicht Sollen wir es mal ausprobieren? Ok, er hat es durchgehen lassen Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe Mit Essen drin, Leute Essen, Leute, Essen! Oh, Essen, nice Schön vergiftet Oh, ich bin voll Ich hab kein Essen Oh nein, es kommt jetzt Hier ist auch noch ein Hebel, Tom Soll ich den mal ziehen? Mach Es ist gar nichts passiert Soll ich den Hebel mal drücken einfach? Also gedrückt lassen, ich lass den Hebel jetzt einfach mal an Oder es hier auch noch Hier ist auch noch ein Hebel Ist noch irgendwas? Wir müssen noch sicherlich irgendwie auch wieder zurück, oder? Also ich hab jetzt beide Hebel gedrückt, das ist einfach gar nichts passiert, ich weiß es nicht Was, hier ist auch noch ein Hebel Dritter Hebel Ah, ein Rad ist weg Echt? Oh Ja, dann müssen wir die richtige Kombination machen Kommt man da durch? Ich denke Du bist Ah, du musst jetzt erst diese Kombination wählen, dann geh ich in die Mitte Und jetzt müsst ihr umstellen Jetzt müsst ihr die andere Kombination wählen Also jetzt Alle einmal umlegen oder was? Ja, das hintere Rad kam, da komm ich nicht durch, das geht nicht Okay, ich hab die beiden umgelegt Okay, ich hab die beiden umgelegt Ah, es ist direkt neben mir eins, mach das weg, mach das wieder hin Okay, okay, okay Scheibe Ist das wieder weg? Ja, okay Aber das vordere ist immer noch Äh, der dritte war hier, ne? Ach du Scheiße So? Ne, der hintere ist immer noch dran Kann man jemand mit durchkommen? Ja, ich, ich, ich geh mal nach hier Was ist hier mit? Jetzt sind's drei, oder? Hä? Der hintere ist immer noch an, aber jetzt ist einer direkt neben mir der Fresse Ja, das ist der hier, der neben dir Ne, der hintere ist immer noch Und jetzt? Da musst du noch irgendwo ein Hebel sein Immer noch der hintere Hier Warte, das sind drei Räder insgesamt, ne? Ne, das sind vier Räder Dann musst du noch irgendwo Warte mal ein Hebel Zwei Hebel Hier ist einer, da ist einer und da ist einer Wir brauchen, wir brauchen vier Hebel, Leute Hier das letzte Ding Weil da ist ja an der Decke noch irgendwas, wo man was auslöst Hier unten drunter ist noch ein Hebel So, den hab ich jetzt umgelegt Ja, ich bin durch! Ah Okay, und dann mach für mich die nächste, die erste Kombination hier Ja, okay, da müssen wir jemanden zurücklassen, wie arschig ist das denn? Oder einer versucht hier durchzusprinten Ja, wenn das nur noch eins da ist, dann könnte man's versuchen, aber Wie viele sind jetzt da, ich sehe zwei Okay, welche, war denn jetzt Zwei sind grad da Welcher ist der jetzt für das vorderste? Soll ich als letzter gehen? Ihr müsst noch einen umlegen, dann habt ihr es, Leute Ja, aber wenn du da zurückbleibst, ist auch scheiße Wer ist der denn? Der hier? Der vor... Nein, es ist wieder einer dazu gemacht Der unter Wasser, unter Wasser vielleicht, ja Hier, der Mach mal Ne, es ist wieder einer dazu gekommen Warte, der hinterste ist weg, ne? Wir sollten nicht alles gleichzeitig machen Warte, der hinterste ist weg, ne? Warte, der hinterste ist weg, ne? Ne, das ist der dritte Das ist der dritte Das ist der dritte, okay, warte Das hier ist Der vorderste Die Frage ist, ist es möglich, da durchzukommen? Das hier ist Jetzt! Jetzt sind alle weg Nice, oh Gott Okay, nochmal Kisten, Leute Bananen Ich hab schon genug, ich kann nicht mehr mehr Essen aufnehmen Ach du Scheiße, Leute, wie sollen wir das denn schaffen? Jetzt geht da halt wieder vor Gibt's Hebel eventuell? Da muss es irgendwo Hebel geben, da kann man nicht durch Oh, da gibt's ja keine Hebel Das kommt aus Oder bringen die Hebel hinten wohl, aber ne, kein Ding Ich glaub, du musst einfach wirklich im richtigen Moment alles drei machen Ach du Scheiße Kann man zum Schluss anhalten? Aber da sind da so Spieße auf dem Boden, das kann doch gar nicht sein Aber du musst nur drüber springen, ach so Ja, springen wahrscheinlich Ja, springen wahrscheinlich Soll ich versuchen? Tom, mal fängt an Ja, try Apfel, bleib stehen Ich hab's geschafft Das war ja easy Das war, oh mein Gott Oh nein, was ist das denn hier? Oh, ich hab's auch geschafft Slack ein bisschen Oh, lol Was ist denn das für ein riesiger Cock, der da rumschwingt? Wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Warte, müssen wir da unten zur Leiter, oder was? Ja, du musst da rüber springen, zur Leiter Was? Jetzt muss der Moment wieder anfangen, du hast gerade angefangen Muss ich denn wahrscheinlich? Ich Muss man immer die Grafikeinstellung ein bisschen runter setzen, sonst leck mir das hier durch die War ich schon, oder? Warten bis er filmt Für den Moment, für die Aufnahme Ja, warte, es leckt immer noch Ich glaube, besser wird es auch nicht, oder? Ich hab 30 FPS Ich sollte mal eben gucken, wo werden die FPS eingeblendet, mal mal schauen Du kannst ja in den Einstellungen einstellen, dass FPS angezeigt werden Und runter? Grafikeinstellung? Videoeinstellung? Ich glaub, Videoeinstellung, gucke Anzeigen, ne, nicht Anzeigen, Mono Nee Performance Anzeige, aja 60 FPS, ja okay Okay, dass wir vergehen damit, oder? Halblos Tust, 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 tust Als ob man das schafft Oh, da haben wir es geschafft Okay Huch Wie ich die Luft angehalten habe, als ich gesprungen bin Nein Nein Soll ich es versuchen? Ja, musst du! Oder soll ich es warten, bis Robin wieder da ist? Hier wird's nur Robin spawned Ich bin egal Na komm, ich versuch's jetzt Oh, bin drauf Ich hab's endlich geschafft Ohhhh First Try, Alter First Try Drei Tage Was ist das geschafft? Ist es geschafft? Nein Ich bin tot Ich bin tot Jetzt im Laug bin ich Aber Wir es beide nicht geschafft haben, müssen wir Ja, ich weiß doch nicht, wieso schafft es der Olm und wir nicht, Ehren Weiß ich nicht, aber komm, ich dachte, es gibt eine neue Flamme, aber nein, sie ist einfach die rote Feuerflamme Ach du Scheiße Ja, wir müssen Vielleicht größeren Anlauf nehmen, oder so, keine Ahnung Ruch die Tür jetzt auf Ich hab's geschafft Was echt? Mit größerem Anlauf, ja, mit größerem Anlauf Und dann im richtigen Moment F drücken, damit du an die Leiter kommst Und ich auch so sehe zwei bei F Von wo bist du angelaufen? Äh, da, da oder das Ne, bisschen weiter hinten, wo das Holz losgeht Damit ich auch so perfekt ausgerichtet bin, weil wenn ich zu weit nach hinten laufen, kann ich die Richtung nicht mehr kommen Hier oder hinten Ja, da Oh mein Gott, also ob ich das jetzt schaffe Oh mein Gott, ich hab richtig geilen Screenshot wie er grad im Flug ist Das können wir als drittes Thumbnail für die dritte Folge nehmen, Leute Oh ja Ja Gott, ich hätt's fast geschafft, Robin Du musst richtig gerne Musik nutzen Ja Hier ist aus irgendeinem Grund eine Voll-Munitionskiste, das muss auch irgendwas bedeuten gleich Aber hier war ich jetzt erstmal Ich, ich schaff das niemals darüber zu springen, ne Du schaffst das Du schaffst das Du schaffst das Ich schaffst das Ich krieg gar nicht genug Ich, ich nehm gar nicht genug Fahrt auf, um darüber zu springen Dachte ich auch erst, aber Ja Ja Was Bist du auch abgesproken überhaupt? Ich weiß es nicht, ich hab die Letters gedrückt, aber es hat nicht so ganz funktioniert Also Das wird mir was Ja, es muss ja auch ein bisschen fordert sein, das Levelaufbau Ja, gut Bring mich zurück, du Kek Jetzt Ach, scheiß mal Ich wette, es kommt gleich auch noch eine Stelle, wo wir es alle nicht schaffen Hä, bin ich nicht abgesch- Junge, ich spring immer nicht ab Schneid einfach nur den letzten Versuch rein Ja, bitte Schneid einfach das alles raus und also, oh, beim ersten Mal geschafft Boah, Feststripe Boah, toll, Alter Ich will halt nicht, dass es so lange dauert, aber es ist scheiße Ey, ich sage dir, ich wäre in so Horrorfilmen immer der, der als erstes stirbt Das glaube ich nicht Weil ich einfach so motorisch unfällig bin Ja, du hast viel zu hinterhältig dafür Was heißt denn das jetzt? Würdest du dem Werder lieber irgendwie so ein Deal anbieten, dass du uns mit umbringst, oder so, dass er dich in Ruhe lässt Das würde ich jetzt mal nicht so sagen Guck mal, ich kann auch gar nicht, irgendwie springe ich auch nicht immer Versuch es nochmal, ich muss im richtigen Moment abspringen Jetzt! Hä? Ach du Scheiße, soll erst mal Munition hier aufladen Hier ist ein Flaschenzu Oh nein Hier ist ein Flaschenzu Was genehmigen, bitte? Ja, ist ein Flaschenzu Da ist so eine Banane darauf Scheiße, Mann So Flaschenzu Kann man den durchschneiden? Nein Kannst ihn benutzen Was macht man denn damit? Ich weiß nicht, was ich kann wehdrücken, essen Kannst bestimmt die Tür hochziehen Boah Ich muss aber schnell durch, ne? Ach du, ja, ich muss ihn festhalten, Leute, ich muss ihn festhalten Dann kommt wieder einer nicht mit, oder was? Ja, scheinbar Ich bin durch Ja, ziehen einfach ganz hoch und ran dann los Ich stell mich drunter Haltet ihn fest! Haltet ihn nur hoch! Oh, da sind Keks! Hallo, Keksi, Keks, Keks Oh ja Deswegen steht auch die Munitionskiste, das erklärt einiges Bäm! Alla, ich schieße sie! Schieße sie allesamt! Huch! Oh nein, ich bin... Was? Wo bin ich? Komm jetzt außerhalb und... Nein! Mach die Tür wieder auf! Lass uns raus! Es sind zu viele!